Hey, heute war ohne Mikrofon, aber ich wollte euch mal einfach ganz kurz meinen Lieblingsbus zeigen. Und das ist zwar dieser hier, der Citaro C2 Hybrid. Und jetzt gehen wir mal rein. Also, der Citaro C2, hier in diesem Fall ein Solo-Fahrzeug. Hier haben wir auch unseren tollen Spritzschutz, von dem ich schon mal gesprochen hatte. Und der hat noch keine Scheibe, deswegen muss noch hinten eingestiegen werden. Ja, hier kommen wir auch schon zu meinem Arbeitsplatz. Hier ist die Tür, diese öffnen wir elektronisch. Das ist mein Arbeitsbereich, ich liebe dieses Fahrzeug. Ja, und dann kommen wir hier weiter zum Innenraum. Vorne ist ein Einzelplatz, da ist ein Zweierplatz. Und jetzt wollen wir hier irgendwie so uns mal durchmogeln. Der beliebte Vierer, noch ein beliebter Vierer. Und dann geht es hier weiter bis nach hinten hindurch. Ja, dann nochmal hier oben die Deckenbeleuchtung. Auch sehr schön anzusehen. Unser Haltestang, das ist natürlich hier der beliebteste Platz. Und dann haben wir hier für unsere Rollstuhlfahrer und unsere Begleitperson, dem ich den Reinsatz. Ja, und oben der Monitor, um zu sehen, welches die nächsten Haltestellen gibt. Das ist mein Lieblingsfahrzeug, der Citaro C2 Hybrid. Ich liebe dieses Fahrzeug, ich fahre dieses Fahrzeug unwahrscheinlich gerne. Ja. Habt auch ihr denn irgendein Lieblingsfahrzeug? Welches vollzugt ihr? Also welches ist euer Lieblingsbus? MAN, Citaro, Cetra, Volvo, Iveco? Schreibt mal in den Kommentaren, dass wir mal. Ja, das ist da. Und ich bin mal gespannt, auf was wir Fahrzeugen in diesem Raum fahren. Ja. Ja.